Nur weil es Raubtiere unter den Menschen gibt, die sich zu nehmen versuchen, was sie haben wollen? Ohne Rücksicht darauf, was es die anderen kostet? Ich höre nie auf, darüber nachzugrügeln. Aber es sind doch nicht nur die Beutejäger, denen wir das Leben erhalten können. Schade, unten in der Kinderabteilung sind ein paar kleine Burschen. Die warten auf den Tag, wo einer von uns an ihr Bett kommt und sagt, jetzt wirst du ein bisschen einschlafen und wieder aufwachen. Mit deinem neuen Herzen. Ich bin kein sentimentaler Narr, aber ich glaube an das, was wir machen. Wir haben eine ganze Menge erreicht. Es wäre der Mühe wert, nicht davon zu laufen. Gut. Ich bleibe, ich versuche zu bleiben. Danke, Charlie. Oh, entschuldigen Sie. Dr. Everett, ich habe hier ein Päckchen für Sie von Mr. Todd. Von Mr. Todd? Ja, ein Bote hat es gebracht. Direkt vom Flughafen. Ich habe hier ein Päckchen. Aber das ist ein Päckchen. Ich habe hier ein Päckchen.